Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Ja, heute mein Wochenend-Update zur AMC und zur Ape-Aktie und zu allgemeinen Fragen bzw. zu allgemeinen Vorkommnissen, die diese Woche waren. Erstmal gehen wir zur Ape und zur AMC-Aktie. Immerhin ein leichtes Wochenplus bei der AMC-Aktie, ein leichtes Wochenplus von ungefähr 3,6%. Am Freitag mit einem Minus rausgegangen von 2,47%. Aber wie gesagt, ein leichtes Wochenplus und ein Endkurs von 4,33$. Bei der Ape, da haben wir einen Schlusskurs von 1,91$, ein Minus von 3,04% und auch ein kleines Wochenplus von 2%. Also beide Aktien mit einem Wochenplus aus dem Markt gegangen, was erstmals positiv zu werten ist, aber natürlich, ja, 2,3% ist natürlich nicht viel, muss man schon sagen. Da müsste man schon mal eine Woche bzw. eine Null nochmal dazu hängen, auf jeden Fall, dass man sagen kann, ganz ordentliches Wochenplus. Aber dem ist nicht so. Es ist auch nichts passiert diese Woche bezüglich Gerichtsverfahren, Resultatgerichtsverfahren, Zusammenlegung, Ape zu AMC-Vergleich und Reverse-Split. Bisher gibt es noch keine Entscheidung. Wir warten täglich drauf. Die Richterin hat 90 Tage Zeit, sich dafür zu entscheiden. Das wird also im Endeffekt bis in September gehen können, rein theoretisch. Aber wir hoffen mal nicht, dass es so lange dauert und dass die Entscheidung demnächst folgen wird und dann der Kurs mal etwas stärker reagiert. Natürlich nach Norden, nicht gerade nach Süden. Das ist im Prinzip unsere Hoffnung. Wir sehen hier ein Short-Volumen, was sehr hoch ist. Bei der Ape wieder über 50% und bei der AMC sogar über 60%. Aber beide Kurven sehen ähnlich aus, muss man sagen. Ich habe jetzt gar nicht eben beim Umschalten gemerkt, dass es eine andere Kurve war. Auf jeden Fall beide Aktien stark geschortet und wieder hier über 50% bzw. die AMC über 60%. Da gab es eine ganz interessante News, muss man sagen. Und zwar geht es hier um die Credit Suisse. Die Untersuchung der Credit Suisse hält Akten 50 Jahre lang geheim. Das heißt also, wir werden das wahrscheinlich alle nicht mehr erleben unbedingt, dass hier die Resultate dieser Untersuchung preisgegeben werden. Dass wir mal wissen, warum ist die Credit Suisse pleite gegangen. Was haben die für Leichen im Keller, ungedeckte Leerverkäufe, Naked Shorts. Die haben ja auch die AMC geshortet und haben ja einige Short-Positionen drin gehabt. Ob da jetzt Naked Shorts dabei waren, ungedeckte Leerverkäufe, kann man nur vermuten. Aber dies ist natürlich nicht bewiesen und wird wahrscheinlich auch nicht bewiesen werden, weil ja wie gesagt 50 Jahre lang die Untersuchungen hier geheim gehalten werden. Und insgesamt gesehen ist es natürlich schon ein Skandal, warum das so lange dauert und warum da die Öffentlichkeit keinen Zugriff bekommt. Aber gut, es ist natürlich schon üblich, dass so Untersuchungen länger, bis da die Akten freigeben werden, länger es dauert und viele Jahre da auch ins Land ziehen. Aber 50 Jahre ist natürlich schon eine sehr, sehr verlängerte Zeit, sehr, sehr lange Zeit und wird wahrscheinlich da irgendwann mal dann im Sand verlaufen, wenn es dann soweit ist, weil keiner mehr an die ganze Situation denkt, was war vor 50 Jahren. Wir schauen uns gerade mal hier von FINRA, schauen wir uns hier gerade mal dieses Filling hier an, bzw. dieses Filing. Und zwar geht es hier darum, um die Credit Suisse und es geht hier um ungedeckte Leerverkäufe, bzw. nicht um ungedeckte Leerverkäufe, aber um Leerverkäufe. Und zwar hat die Credit Suisse in der Zeit vom Februar 2015 bis April 2022, also das sind sieben Jahre lang, hat es versäumt, Leerverkäufe zu melden. Ja, und das ist im Prinzip natürlich auch schon ein Riesenskandal. Ich möchte nicht wissen, welche Leerverkäufe da drunter sind, ob da vielleicht auch ungedeckte Leerverkäufe drunter sind, die haben sie ja nicht gemeldet. Das heißt, das ist im Prinzip hier eine Sache, die ja auf jeden Fall auch unter Verschluss gehalten wird, welche Leerverkäufe sind es und worum geht es da, sind es Naked Shorts, sind es tatsächlich ungedeckte Leerverkäufe? Und um welche Leerverkäufe handelt es sich überhaupt? Ja, ist da die AMC mit dabei? Und, und, und. Also diese Fragen werden nicht mehr beantwortet werden. Wie gesagt, Untersuchung dauert 50 Jahre. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht noch überleben. Ich mit Sicherheit nicht mehr. Also da müsste ich schon ziemlich alt werden, aber ich denke, das wird nicht der Fall sein. Und wahrscheinlich interessiert es mich dann auch nicht mehr, wenn ich dann so alt geworden bin und dann erfahre, dass da, ja, Naked Shorts dabei waren bezüglich AMC und, und, und. Würde mich dann wahrscheinlich nicht mehr interessieren. Gut, das waren so die, ja, ja, hier habe ich noch so eine Aktienkursprognose gefunden von der AMC. Und, äh, da haben sich wahrscheinlich hier ein paar verschrieben mit den, äh, Unterstützungslinien von der AMC. Unterstützungslinien, aktuelles Unterstützungsniveau liegt bei 99 Dollar und, äh, Widerstandsniveau bei 105 Dollar. Wäre ja ganz schön, wenn es so wäre, ne? Aber, äh, auf jeden Fall wahrscheinlich verschrieben oder vielleicht haben sie hier schon einen Blick in die, ja, in die Zukunft gewagt. Ähm, und haben hier vielleicht eine Glaskugel. Man weiß es nicht. Okay, gut. Das war's jetzt, äh, von meiner Seite aus zu dem Wochenend-Update bezüglich AMC und Ape-Aktie. Würde mich aber immer freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts mehr passt von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.